Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Vielleicht glaubt ihr sie zu kennen, aber ihr kennt sie nicht. Nicht genau jedenfalls. Denn ich, Sebastian J. Grille, war dabei. Um genau zu sein, lebte ich buchstäblich mitten im Herzen des hölzernen Jungen. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen.